Und wieso steht das Nether-Eye, äh, das Ender-Eye jetzt woanders? Weiß ich nicht. Was war das damit auf sich? Ich meine Ahnung. Irgendwann hat das angeklickt. Irgendjemand hat dagegen gehauen, ja. Ich sehe das auch schon so. Toll, da habe ich so ein schönes Gestell aufs Dach gebaut. Ja, das ist sehr cool. Wir können Luftkampf machen, Arne. Ute? Was ist denn? Ich sehe es. Jetzt hast du es weggebracht. Toll, jetzt hast du es kaputt gemacht. Ja, ja, ja. Aber man ist echt langsam, ne? Ja. Warte mal, ähm. Aber auch nicht langsamer als mit dem Schwert, würde ich jetzt behaupten. Ich würde sagen, ziemlich gleich. Und bei dir ist die Landung nicht so gefährlich, dass du runterfällst. Ute, könntest du bitte aufhören, das Ender-Eye irgendwo in die Wallapampa zu schlagen, wo wir das nicht wiederfinden? Mann, ist das geil, ey. Ich kann fliegen. Gute? Disco oder Telefon? Weiß ich, wo es ist. Ach. Hallo? Ja. Ja, jetzt hören wir dich wieder. Hä? Ich sagte, du sollst aufhören, das irgendwo in die Wallapampa zu schlagen, wo wir das nicht wiederfinden. Ja, das habe ich gehört, aber ich weiß nicht mehr, wo das ist. War mir auch ein Treib der Schnelligkeit? Schaden kann er nicht. Ach, das war meiner. Den hatte ich mal zum Ende der Drachen genommen, ne? Glaube ich. Kannst du da auch ein Splash-Ding draus machen, denn zählt ja doch auch für uns alle, ne? Ja. Ja, richtig. Ich muss mal eben eine WhatsApp-Nachricht verschicken. Was gucken wir uns so lange Schönes an? Mach einfach. Das da. Ach, vielleicht hat der Zuschauer eine Idee, was wir daraus machen können. Äh. Schöne Überbrückung. Äh. Äh. Ja, echt mal. Äh. Aber ich glaube, besonders viel Schutz bietet der ganze Kram jetzt nicht so unbedingt. Ist wirklich runtergefallen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ist ja wenig Rüstung drauf. Das war ja eine Lederrüstung als Obersprungsmaterial. Hallo, seid ihr denn bereit für den Ender? Nee, für den Wizzar? Gott. Für den Wizzar? Dann können wir gleich mal los. Das heißt bereit, also... Ja, also ich würde mir eigentlich gerne noch einen Runic Shield bauen. Aber dauert das? Ja, aber das dauert bestimmt ewig. Keine Ahnung. Also ich, äh, ich weiß nicht, ich hab auch keine... Ich hab nichts, ne? Ich hab einen Zauberstab, ich hab noch nicht mal so ein Feuer-Ding dafür. Ich hab keine Pfeile. Was hast du eigentlich noch, mein Bogen? Was? Lukas? Kannst du mich hören? Ja. Jetzt wieder? Jetzt nicht mehr, falls du noch was sagst. Hallo? Ja? Jetzt? Sag mal, verarscht er uns, weil er den Bogen hat und das nicht zugeben will, oder? Könnt ihr mich hören? Ja. Jetzt wieder ja. Aber wir hören immer nur das Hallo, könnt ihr mich hören? Ja. Könnt ihr euch mal ins Bett legen? Gleich. Bett. Ja, wir haben... Bett, Bett. Äh, Mavi, du hast gerade deine Rüstung rausgezogen, ne? Korrekt. War das nicht Zeit, oder? Kannst du die reparieren? Muss das jetzt sein? Hast du die aufgesucht? Ja, ja. Oh, cool. Ja, ich hab sie im Dings gegenlassen. 19 Level brauche ich, um die zu reparieren, alles klar. Die ist nämlich fast im Eimer. Warum willst du dich denn innen legen? Ja, genau. Warum möchtest du denn ins Bett überhaupt? Ja, dann muss er doch raus. Falls ich sterbe. Was hast du denn vor? Einfach nur generell. Ne, 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 ne. Was hast du vor? Ich hab keinen Bock mehr. Warum willst du... Ich will dich immer nur vom Witz... Roboter-User ist bei uns. So, also ich lieg im Bett. Liegen alle im Bett, denke ich auch. Mensch, eine... Jeder wartet, dass alle anderen schon im Bett liegen. Ja, klar. Ich bin über den Erforschen, weil ich erforsche sonst weiter, wenn da keiner ist. Ich hab jetzt ja hier so einen tollen Gang, wo ich einmal rumlaufen muss. Das kann sich nur um Stunden handeln, bis ich da bin. Du hast doch mal aufs Reden, das nervt. Also ich lieg auch drin. Ja. Ah, herrlich. Liegen bleiben, ja. Leute, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber unter den aktuellen Voraussetzungen mit Lukas Disconnects und dem Aspekt, dass ich hier noch einiges regeln muss heute, weshalb ich auch schon telefoniert und WhatsApp hatte, würde ich sagen, sollen wir den Weather nicht lieber aufs nächstes Mal schieben? Ja, ich glaube ja. Also, vielleicht so als kleine Info am Rande. Ich bin aktuell auf der Suche nach einem Auto und... Also, wenn ihr mir ein Auto spenden wollt. Ja, genau. Wenn ihr mir ein Auto sponsern wollt, äh, einen Link zum Spenden ist unter diesem Video. Nee, ich bin halt gerade auf der Suche nach einem Auto. Ich hab da was gefunden, was ganz interessant aussieht. Das Problem ist, dass ich aktuell halt kein Auto habe. Aber nur drei Räder. Nein. Und jetzt gerade am Organisieren bin, dass ich da morgen mir das angucken kann. Und naja, das ist halt, äh, boah, 60 Kilometer weit weg von meinem Wohnort. Mit Fahrrad ist mir das zu weit. Und daher muss ich da ein paar Kleinigkeiten regeln, dass das alles klappt morgen. Und ich würd sagen, schieben wir das mit dem Weather auf das nächste Mal. Ich glaub, für Lukas ist das auch angenehmer. Ja. Statt hier immer hin und her. Und dann können wir uns lieber noch, äh, jetzt die letzten Minuten noch darauf vorbereiten. Also, dass wir das jetzt mal quasi direkt loslegen können. Also, für mich heißt das zum Beispiel noch ein paar Level-Farmen und die Rüstung reparieren. Oh Gott. Nein. Ich hab grad Runic Shield erforscht. Ja, und? Willst du doch nicht mehr bauen jetzt, oder wie? Boah, ist auch schon wieder ein bisschen aufwendiger. Ring of Shield. Charge Ring of Shielding. Oh, die fass. Jetzt wissen wir endlich mal, wofür diese ganzen Ringe und Mulette und so weiter da sind. Ja, stimmt. Genau das dachte ich auch gerade. Oh, endlich war ein Punkt, wo man die brauchen kann. Fäsche Ute joins the game. Hey, er ist wieder bei uns. Mal gucken, wie wir für... Moment, ich probier's nochmal. Mal gucken, wie für... Moment, ich probier's nochmal. Mal gucken, für wie lange. Ich hab' mich fast noch mal verhastet. So, und mal wieder mache ich boing, 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 weil ich durch die Gegend hüpfe. Okay, hier ist der Eingang. Das muss ich mir merken. Okay, neben der Lava genau. Okay, das ist, äh... Das kann man sich merken. Ach! Kaum bisschen Leather. So blöder Gas schon am... Das ist echt aufwendig, das Ding zu bauen. Alte Schwede. Also sagst du, sagst du nicht nächste Aufnahme, sondern übernächste Aufnahme erst. Ja, also das dauert echt lange halt, weil man den ganzen... Ich muss den kleinen... Also den Zauberstab erstmal voll machen, um dann so einen Primal Charm zu bauen und so. Äh, Balanced Charts hab ich irgendwann schon mal zwei hergestellt. Also das ist gar nicht so, ne? Aber... Ja, je nachdem, was man denn braucht, kann das auch sein, dass man wieder... Ja, obwohl Instabilität ist moderat. Es geht ja sogar. Ja, weil du... Ich glaub, das hat auch irgendwas mit der Symmetrie oder so zu tun. Ja, ne, ist klar. Ja, und jetzt hatte ich ja neun... Neun Sachen drumherum und versuch das mal symmetrisch hinzukriegen. Okay, das heißt also, wenn du... Wenn du schaffst, die neun Dinger wirklich ganz symmetrisch anzuordnen, klappt das auf jeden Fall? Ja. Oder ist das... Ja, weiß ich nicht genau. Ich weiß auch nicht, ob es... Das hatte ich mal gehört. Halt, dass das besser ist, wenn es symmetrisch ist. Okay. Ja, und halt neun Sachen sind irgendwie ja, glaub ich, schon ziemlich mit... Äh, das Schwerste, ich weiß gar nicht. Glaub viel, äh... Also, keine Ahnung, auf jeden Fall. Das meiste, was man bisher rumlegen musste, was ich jetzt hatte... Ein Satz geht ja gar nicht. Zwei. Was, dein Satz war genauso gut wie meiner gerade, ne? Willst du es auch noch mal probieren? Jetzt leckt ihr beide, aber... Eigentlich nicht. Ne. Ne, bei mir lag... Ne, Arne, dann hast du, glaub ich, eher Connection Problems. Ja, wohl, du lagst so ein bisschen. Also, bei mir war Salomann gerade ohne Probleme zu hören. Jetzt geht's auch wieder. Leute, macht keinen Scheiß. Ich hab gerade heute den Teamspeak-Server verlängert. Ich dachte mir, mit denen hatten wir keine Probleme. Den können wir weiter benutzen, den Anbieter. Und hab ihn gerade verlängert. Erzählt mir nicht, dass der laggt. Ute? Weiß ich nicht. Oh Gott. Na, Ute sagt eigentlich gar nichts mehr. Ach doch, er redet noch wieder, okay. Hallo, hallo, hallo? Ja, wir hören dich. Ich wollte nur zwischendurch mal wieder nachfragen, ob du noch da bist. Vollfatz. Oder ob du wieder Disco hast oder was weiß ich. Oh Gott. Ja, weiß nicht, ich soll mal aufhören oder was? Ähm, ich weiß nicht, wie das ist mit den... Muss ich ganz ehrlich sagen, gerade mit den Folgenlängen, weil ich ein kleines Stückchen rausschneide. Obwohl, ne, da kommt ja noch eine Folge rein. Ja, ja, da nehmen wir ja rein, was du gemacht hast. Weil es ist ja doch schon gerade ein bisschen doof. Ja, das ist richtig doof. Dann lass mich aber bitte... Also wir können aufhören, ich möchte aber aus dem Nether noch wieder zurückkommen. Ich möchte jetzt nicht im Nether ausloggen. Dann mache ich mich jetzt eben auf dem Rückweg und dann machen wir Ende. Für die Zuschauer, je nachdem wo der Cut ist, heißt das Überlänge. Aber da wird, glaube ich, keiner böse sein. Oh, weiß ich nicht. Und wenn doch, dann gebt einfach einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefällt, dass wir Überlänge produziert haben. Das wird dann von uns zur Kenntnis genommen. Dann lieber zu kurz als zu lang. Ja, genau. Wenn ihr lieber zu kurze Folgen haben wollt, dann gebt einen Daumen nach unten. Wat ein Blödsinn. Wieso liegt hier eine Experience Orb? Wer hat im Nether irgendwelche Viecher gekillt? Ich bin ja jetzt Level 15 nicht Bob. Ich wollte doch Level 17 werden, ich Bob. Ich mach jetzt was, was vielleicht nicht so intelligent ist. Aber ich fähre jetzt einfach noch mit 2, 3 von den Zombies. Und mit diesem Zauberstab ist das ja echt kein Problem. Zack, bin ich Level 17, siehst du, sag ich doch. So, und ab durchs Portal. Aua. Wieso kriegt man Damage, wenn man aus dem Portal rauskommt? Vielleicht fangen wir dann nur auf. So, Nude sagt inzwischen gar nichts mehr. Hallo. Du stehst da, ah, jetzt redet er wieder mal ein bisschen. Hast du mitgekriegt, dass wir gesagt haben, wir hören jetzt auf? Weil das mit dir gerade echt keinen Sinn hat? Oh, ist er wieder weg, oder was? Da. Ich habe übrigens ein Problem, ich brauche Level 19 und nicht Level 17, um das zu verzaubern. Dö, dö, dö. Aber das ist jetzt dann etwas, was ich wirklich in der nächsten Aufnahme machen werde. Arne? Ja? Arne, ey. Was? Saloman? Ja? Gute. Wollen wir Tschüss sagen? Okay. Okay, dann sagen wir mal Tschüss. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr demnächst keine Überlänge mehr haben wollt, sondern lieber kürzere Folgen, lasst einen Daumen nach unten da. Ja, wir bedanken uns auf jeden Fall. Vielmals wirst du sehen. Und wir werden uns freuen, wenn ihr dann auch beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. 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 Und das Tschüss von mir.